Unter Menschen haben wir uns versammelt, um die Schuld oder Unschuld von, ähm, dieses Mannes zu ermitteln. Tyrion Lannister, möge die Mutter sich seiner erbarmen, möge der Vater ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen und möge der Krieger die Hand unseres Kämpfers führen. Lass mich nicht allein auf dieser Welt. Niemals. Hat man euch gesagt, wer ich bin? Irgendein toter Mann! Ich bin der Bruder von Elia, Martell. Wisst ihr, warum ich den ganzen Weg in diesen stinkenden Scheißhaufen von Stadt gereist bin? Euretwegen. Ich will euer Geständnis hören, bevor ihr sterbt. Ihr habt meine Schwester vergewaltigt, ihr habt sie ermordet, ihr habt ihre Kinder getötet. Gebt es zu und wir bringen das schnell hinter uns. Sagt es. Vergewaltigt. Ihr habt sie ermordet. Und ihre Kinder getötet. Ihr habt sie vergewaltigt, habt sie ermordet und ihre Kinder getötet. Gebt es basiert. Gebt es mich ganz aus. Sie vergewaltigt! Sie ermordet! Ihr habt ihre Kinder getötet! Wer gab euch den Befehl dazu? Wartet! Sterbt ihr etwa? Nein, nein, nein! Ihr dürft noch nicht sterben! Ihr habt noch nicht gestanden! Sagt es! Sagt ihren Namen! Elia Martell! Ihr habt sie vergewaltigt! Ihr habt ihre Kinder ermordet! Elia Martell! Wer gab euch den Befehl dazu? Wer gab euch den Befehl dazu? Sprecht ihren Namen! Ihr habt sie vergewaltigt! Ihr habt sie ermordet! Ihr habt ihre Kinder getötet! Sagt ihn! Sagt ihren Namen! Sagt ihn! Sagt ihn! Sagt ihn! Elia Martell! Ich habe ihre Kinder getötet! Dann habe ich sie vergewaltigt! Dann habe ich Ihren Kopf zerträumert, genau wie Deinen! Die Götter haben Ihr Urteil gefällt.